Hey Leute, wiedermals! Willkommen zurück zu Mark of the Ninja, gespielt von mir, Voldemort. Ähm, ja, jetzt müssen wir mal hier gucken, wie wir weiterkommen, weil ich habe... Hey, wir haben ihn! Hey! Der ist rausgesprungen. Dafür konnte ich noch nicht mal basteln. Okay. Achso. Nee, falsch. Ach, ich muss jetzt von hier aus wieder? Achso, scheiß. Egal. Aber wir haben es ja hingekriegt. Gut. Der Schocken ist in diesem Haus, aber es ist sehr schützend. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich bin in. Wir verletzen die Schmerzen. So, also langsam finde ich mich auch richtig in das Spiel rein und findest du die Tricks raus, wie man was machen kann. Okay. Hold on, did you hear something? What happened? There was a light. Weird does a light went out. I'm sure there's nothing here. I must be jumpy tonight. Bis wohin geht der Laser, der geht bis dahin. Wie mach ich das denn jetzt? What is that? What is that? What is that? Scheiße. Ich hab den Laser vergessen. Okay, aber diesmal hab ich die Lichter wieder. Wenn ich jetzt den einen irritieren kann... What? Ich will ihn nicht töten. Hm, nichts. Was war das? Oh, okay. Ein paar mehr. Vielleicht kann ich die jetzt irgendwie ablenken. Ich kann nichts sehen. Das war richtig gut. Das weckt den Hund auf. Das weckt den Hund auf. Ich hab was versehen E gedrückt. Das wollte ich doch gar nicht. Ich hab das. Was war das? Huh, weird that this light went out. Was war das? Ich habe nicht so viele Spiele gelacht. Es hat die Licht geöffnet. Ich muss etwas vorstellen. Ich kann nichts sehen! Hey, Leute, es ist er! Was? Was? Du musst das fixieren. So. Everything seems fine. Okay. Okay, das... Gut. What? Continue. Okay. I just heard something. Checking it out. Gut. Okay. Wait a second. You hear that? Nothing. Let's move on. Huh? The light broke. Hey! Is someone out there? No. 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 Not going in the wrong direction. Not going in the wrong direction. Please don't shut the door. Please don't shut the door open. Please don't shut the door open. Thank you. Alles sieht gut aus. So, einer ist aus. Der geht jetzt bis wohin? Alter! Okay. Einer ist aus. Das zweite auch. So. Wie mache ich das denn? Ah, okay, hier kann ich mich runterhängen. Garantiert. Mhm. Ah, so, jetzt habe ich die Teile ausgemacht. Das ist natürlich auch cool. Kann ich mich hier runterhängen? Nee. Ist jemand da? Yes. Oh. Okay, dann. Der Elevator blockt den Exit. Wir müssen es aus dem Weg gehen. Mhm. Gut. Ähm, ja. So, jetzt ist es hier aber gerade spannend. Ähm, auch wenn es gemein ist. Ich werde die jetzt hier beenden. Weil wir bereits wieder schon bei elf Minuten sind. Und ich habe mir ja selber immer die Begrenzung von elf Minuten bis zwölf Minuten gesetzt. Bedeutet zwar für mich mehr Arbeit, aber egal. Ich denke mal, da gab es irgendwie mal so eine Regelung bei YouTube, dass man immer nur so bis, wenn man nicht YouTube-Partner ist, nur bis eine Begrenzung von 15 Minuten oder so. Und dann überschreite ich die auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, lasst es mich mal wissen, wie gefällt es euch bis jetzt so. Auch vor allem, dass ich jetzt irgendwie bis jetzt noch keinen gestötet habe, was ich selber kaum glauben kann. Ähm, ja, ich finde das Spiel auf jeden Fall ziemlich cool. Die Mechanik ist ganz cool gemacht. Dass man so einfach stealth-mäßig alles irgendwie umgehen kann. Oder jeden töten kann. Oder wie man will. Ja, ich habe bis jetzt nur eine Schriftrolle. Das ist auch doof. Na gut, auf jeden Fall. Ihr wisst ja, viel Spaß noch, egal, was ihr heute noch macht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Voldemort. Ciao, ciao.